Herzlich Willkommen am Biohof Bronner in Niederösterreich. Ich möchte heute ein paar Worte zur Bodenfruchtbarkeit und zu unserer Wirtschaftsweise erzählen. Unsere Erde und ihre Fruchtbarkeit. Unser Leitspruch ist, die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen. Dazu ein paar Erklärungen von mir. Wir sind zu Hause in Niederösterreich im Hornerbecken mit circa 500 mm Jahresniederschlag, haben seit 27 Jahren keine Tierhaltung und seit 25 Jahren biologischen Landbau. Wir betreiben Gesundheitsschutz, Wasserschutz, Klimaschutz und Bodenschutz während der Produktion biologischer Lebensmittel. Wir haben nachgewiesen, dass wir während der Produktion CO2 im Boden einlagern können mit dem Humusprojekt von Keindorf und das macht uns zuversichtlich und stolz, dass wir schon so weit sind und geben unsere Erfahrungen gern weiter. Unsere Feldfrüchte derzeit sind Speisekartoffel, Getreide, Raps, Hanf, Leguminosen, Hirse, Kürbis und Soja. Gleich vorweg als Biobetrieb verwenden wir auch Mineralien. Das ist vielleicht für manche untypisch. Wir verwenden Mineralien nach Maßgabe einer Bodenuntersuchung nach dem System Albrecht, also Bodenanalyse nach Albrecht. Dabei düngen wir auch Kalk, Schwefel, Borkupfer, Zinkmann, Gankali und so weiter. Wir verwenden auch Blattdünger wie EM oder RM, Komposte und Bodenverjünger. Und wir machen Herbst-Winterbegrünungen seit 1991. Eines unserer ersten Felder, das den Humusaufbau nachgewiesen hat, haben wir im Jahr 2011 von einem gerichtlich beidigten Sachverständigen Proben ziehen lassen, nach fünf Jahren wieder. Und wir haben 62,98 Tonnen CO2 eingelagert in der kurzen Zeit, in fünf Jahren immerhin circa 0,5 Prozent. Und man sieht auf der Folie, jede Frucht, die da gestanden ist, das war Weizen, Roggen, Mais, Soja und Dinkel, war mit Untersaat. Und die Untersaat sind vornehmlich Gräser. Und da halte ich sehr viel drauf, weil Gräser einfach phänomenale Wirkung im Boden haben bezüglich Einlagerung von Assimilaten, also flüssigen Kohlenstoff, Zuckerstoffe. Und sie haben ein sehr weit verzweigtes, fein strukturiertes Wurzelnetz. Die erste Fläche, die wir Auszeit gekriegt haben, nach fünf Jahren, waren durchschnittlich 140 Euro pro Hektar und Jahr. Damit kann man auch schon etwas Richtung Bodenaufbau investieren. Ein paar allgemeine Grundsätze von mir. Bodenbearbeitung machen wir nur, sollte ich Hochdeutscher reden, Bodenbearbeitung machen wir nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Oft ist besser, den Boden einmal weniger zu bearbeiten, weil dann kommt weniger Unkraut. Dann ist vielleicht von der Begrünung vorher oder von der Untersaat, die dort gestanden ist, etwas in der nächsten Frucht drinnen. Aber ich habe mir eine ganze Bodenbearbeitung erspart und das entlastet das Bodenleben enorm. Bodentemperatur beachten wir, so weit es geht. Fruchtfolge, Abwechslung zwischen Halmfrucht und Blattfrucht, Sommerung und Winterung, so weit wie möglich. Und Untersaaten habe ich extra dick geschrieben und in Blogschrift, Kulturpflanzen bilden bei der regenerativen Phase, also beim Getreide ab dem Ehrenschieben, ernähren sie das Bodenleben nicht mehr. Sie konzentrieren sich auf ihre Nachkommen, auf die Produktion von Körner. Und ob den Zeitpunkt leidet das Bodenleben und dann übernimmt die Untersaat die Arbeit, das Bodenleben zu füttern. Der große Vorteil dabei ist unter anderem auch, dass die Untersaat mit anderen Wurzeln das Bodenleben füttert als das Getreide oder als der Mais oder der Soja. Letztendlich geht es darum, wenn möglich die Hauptfrüchte so vielfältig wie mit Begleitsaat und Untersaat in einer vielfältigen Mischung stehen zu lassen. Bei der Begrünung selbst ist das ohnehin selbstverständlich. Meiner Meinung nach kann man Humusaufbau nur durch CO2-Einlagerung über lebendige Wurzeln und dabei zwingend notwendig ein System immergrün machen. Immergrün ist nicht nur mit Gräser möglich, es geht natürlich auch um die Vielfalt am Acker. Und wenn wir Vielfalt generieren, dann ist das eben nach der Ernte eine Begrünung, die nach der Ernte steht. Gräser haben zudem keine Fruchtfolgeprobleme, wenn der Boden in einem mineralischen Gleichgewicht ist. Also ich kenne keinen Bauern, der auf seinen Grünlandflächen Fruchtfolgeprobleme hat oder mit Getreide, Geldgrossfruchtfolgeprobleme hat mit der Fruchtfolge, weil Gräser aus meiner Sicht die Mutter des Bodens sind. Und was man nicht vergessen darf, ist ein Unterboden in die Produktion mit einbeziehen, immer wieder mit Spaten und Sande reinschauen, ob es Verdichtungen gibt, die gelöst gehören. Noch eine Folie von der letzten Auszahlung im Winter 2020. Fünf Hektar in fünf Jahren haben wir 122 Tonnen CO2 gespeichert. Ohne Kompost, ohne Tierhaltung, ohne Wirtschaftsdünger, nur durch die regenerative Landwirtschaft. Wir haben uns einige Zeit mit der Tierrückzeit befasst. Da waren wir nicht erfolgreich. Technisch hat es einwandfrei funktioniert, bis nach dem Auflaufen. Aber unsere Böden hatten zu der Zeit zu wenig Humus. Sprich Stickstoffnachlieferung, das würde in einem Gülle-Haltenbetrieb wahrscheinlich besser funktionieren. Wie gesagt, technisch ist es einwandfrei und leicht durchführbar. Aber die Bodenbiologie muss dabei auch mitspielen. Und wenn wir unsere Böden wieder topfit haben, kann es durchaus sein, dass wir auch wieder mit der Tierrückzeit beginnen. Jetzt möchte ich noch in ein paar kurzen Überblicke die regenerative Landwirtschaft nach Dietmann-Eser und Friedrich Wenz darstellen. Es sind fünf Schritte, die zur Bodenfruchtbarkeit führen. Die Nährstoffe ins Gleichgewicht bringen ist der erste Schritt und der wichtigste. Denn Böden, die Nährstoffe im Ungleichgewicht haben, und das sind die allermeisten derzeit, die erodieren leicht, die verschlemmen leicht, die werden vom Wind abgetragen, die können vom Wasser mitgenommen werden. Wir brauchen stabile Bodengrümmel und dazu braucht man zum Beispiel auch Schwefel. Schwefel ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden aus der Atmosphäre und dadurch haben wir auch auf den Flächen einen allgegenwärtigen Schwefelmangel. Vor allem auf den Flächen, wo nicht mit Schwefel gedüngt wird. Den Unterboden lockern und mit Wurzeln stabilisieren. Die Böden dauerhaft und vielfältig begrünen, über Sommer und Winter grün halten. Das füttert das Bodenleben. Und das Bodenleben, vornehmlich die Bakterien und Pilze, sind jene, die den Boden saugfähig machen und stabil machen. Es geht um die Stoffwechselprodukte der Bakterien und Pilze, die den Boden stabil machen. Den lebendigen Bewuchs mit der Flächenrotte in den Boden einbringen. Nicht irgendwie einpflügen und dabei Faulnis erzeugen, sondern das Material in Rotte bringen. Das kann man auch steuern mit fermentativer Lenkung, also mit Milchsäurebakterien. Wenn ich zum Beispiel Grünmasse in den Boden einbringe, dann könnte es sein, dass in den nächsten Tagen ein Wettersturz ist mit Regen und tiefen Temperaturen. Und dann könnte es sein, dass das Material in Faulnis übergeht. Oder es ist so trocken, dass es gar nicht rotten kann. In diesen Fällen ist überall die Milchsäurebakterienmischung hilfreich. In den Kulturen Stress vermeiden wir. Wir verwenden dazu vitalisierende Plattspritzungen mit Komposte, mit Fermente, mit Calcium, Bohr und Huminstoffe. Damit man die Pflanzen weitgehend stressfrei hält während der Produktion. Das hilft auch oft über einen kurzen Trockenstress oder über einen Kältestress unbeschadet drüber zu kommen. Eine Bodenuntersuchung nach Albrecht. Auf einem Blatt alles ersichtlich. Es geht hauptsächlich um den Ausgleich. Wäre jetzt zu langwierig, das im Detail zu erklären. Aber wir befassen uns eben mit den wichtigsten Nährstoffen. Das ist also vornehmlich einmal die Kationenaustauschkapazität. Um zu sehen, wie groß ist mein Kühlschrank, in den ich Nährstoffe einlagern kann. Ganz oben auf dieser Folie zu sehen. In dem Fall 22,7. Das ist für unsere Flächen schon relativ gut. Der BH-Wert wird angezeigt. Der Humusgehalt. Stickstoffnachlieferung. ZEIN-Verhältnis. Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Schwefel, Phosphor, Bohr, Eisen, Mangan, Kupfer, Zink. Das sind so vornehmlich die wichtigsten. Und man kann dabei auch noch eventuell Untersuchungen anstreben bezüglich Selen oder Molybden und dergleichen mehr. Bodenuntersuchungen ganz auszusparen als praktizierender Bauer oder Gärtner, finde ich fatal. Es ist so wie ein Blindflug, ohne zu wissen, wo man landet. Hier sehen wir einen Boden, der mineralisch ausgeglichen wurde und nach der regenerativen Landwirtschaft behandelt wurde. Links unten im Sommer 2013 sehr kompakter, fester, harter Boden. Nach zwei Jahren Luzerne. Dann mineralischer Ausgleich mit Schwefel, Calcium und in dem Fall auch mit Kupfer und Zink. Und nach einem Jahr und einem Monat war der Boden in einem nahezu perfekten Zustand mit einer sehr schönen Krümelstruktur und auch mit einer schönen Farbe, einem Braunton, der hier maßgeblich für Bodenfruchtbarkeit beteiligt ist. Und mittlerweile wissen wir auch, dass die Direktsaat auf diesen kompakten Boden keinen Wert hat. Jedoch auf einer Bodenstruktur, wie wir sie rechts sehen, durchaus erfolgreich sein kann. An dem vergangenen Bild haben wir auch unten Gräser gesehen. Hier noch einmal ein Wort zu den Gräsern. Wir verwenden wurzeldominante Untersaatgräser, die dafür eigens gezüchtet wurden. Wir sprechen hier nicht von Futtergräser, sondern es sind eher Fußballrasentypen. Kurzes Wachstum, intensive Durchwurzelung des Bodens. Die Graswurzeln und deren Ausscheidung fördern die Hyminstoff bildenden Prozesse und damit die Struktur der Erde. An diesem Bild sieht man sehr schön, wie das Verhältnis von Gräsern sein kann, Wurzelmasse zu oberirdischer Blattmasse. Die Gräser haben die Eigenschaft, dass sie über zwölf Monate das ganze Jahr am Boden stehen können und keine fruchtfreude Probleme machen. Und vor allem die Strukturbildung des Bodens ist über Gräser einfach unerreicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Vorfahren mit Ochsen und Pferd gearbeitet haben. Und die hatten immer Gräser auf den Flächen. Teilweise ein Drittel der Ackerfläche war Energiegewinnung für die Zugtiere. Hier sehen wir ein Bild, wo abgestorbene Begrünung mit und ohne Untersaat ist, in einem Abstand von einem Meter. Die abgestorbene Fläche ohne Gräser, der Boden zerfällt, wird glütig und hart. Und auf dem einen Meter entfernten Boden eine wunderschöne Krümmelstruktur. Denn dort sind lebendige Pflanzen am Werken, die das Bodenleben ernähren und die Struktur aufbauen. Ein paar Worte noch zur Bodenlockerung. Wir verwenden den Parallockerer, der sich sehr bewährt hat. Eine nahezu flächendeckende Lockerung mit wenig Hohlräumen im Boden und ohne großartiger Überlockerung. Durch das Einsprühen von Milchsäurebakterien, den sogenannten EMs, haben wir des Öfteren solche Effekte gesehen, wie auf dieser Folie rechts gelockert vor neun Tagen mit Fermenten, in der Mitte gelockert ohne Fermente und links nicht gelockert. Man sieht auf den ersten Blick den Farbunterschied und zum Teil auch einen Strukturunterschied. Das ist maßgeblich für die Arbeit in der regenerativen Landwirtschaft. Bodenstruktur ist ein wichtiger Faktor. Hier blende ich noch die Ergebnisse von der Wasserversickerung ein. Rechts nicht gelockert, 66 Liter in 28 Minuten versickert. In der Mitte gelockert, 66 Liter in 6 Minuten 20 versickert. Und links gelockert, zur gleichen Zeit mit Milchsäurebakterien, mit den klassischen EMs, die Versickerung von 66 Liter in 2 Minuten und 40 Sekunden. Also der Unterschied zwischen 28 Minuten und 2 Minuten 40 ist natürlich schon begeisternswert. Hier eine Lockerung in einem grünen Bestand. Auch das ist möglich. Die Bestände können unter gewissen Bedingungen auch weiterleben und danach auch wesentlich schöner ausschauen, zum Teil als vorher. Den Böden, die Verdichtungshorizonte haben, stressen auch die Begrünungen. Ein Beispiel von einem kleinen Acker bei uns hinterm Haus vom Juni 2015 und vom Februar 2016. So schnell kann es gehen in 7 Monaten und 7 Tagen, wenn der Boden seine Bedürfnisse erfüllt bekommt. Und hier blende ich noch eine Folie ein, der gleiche Bestand, zur gleichen Zeit, allerdings mitten und ohne Blattdüngung. Das ist keine Photomontage links, das ist einfach, es sieht verwaschener aus. Es ist die Fläche, die nicht mit der Blattdüngung behandelt wurde. Rechts dagegen wurde mit Blattdüngung gearbeitet. Man sieht also auch, dass die vitalisierenden Spritzungen bis in eine Tiefe von 25 cm im Boden sichtbar sind. Ja, Flächen, grüne Flächen bringen wir mit der Fräse und mit milchsäuren Fermenten den Boden näher. Dazu sind auf der Fräse auch Einspritzvorrichtungen montiert. Wenn der Boden dann in einem Gleichgewicht ist, dann reagiert er auch nicht mehr mit Unkräuter, sondern bleibt ruhig. Die Bestände können in Ruhe wachsen und gedeihen. Eine vielfältige Mischung hier zum Beispiel vom Raps, Bio-Raps zur Blütezeit und zur Ernte. Natürlich mit Untersaat. Wenn wir abernten, ist darunter schon eine Grünfläche, eine Untersaatmischung, hauptsächlich Gräser, späte deutsche Weidelgräser, auf Wurzelmasse gezüchtet und ohne Sprostdominanz. Hier eine Zwischenfrucht, die abgeerntet wird, also Wickrocken mit Rübsen und Klee und auf die Kartoffel gestreut wird zur Mulchabdeckung am Kartoffelacker. Links sehen wir die Kartoffeldämme, rechts die Ernte von Mulch und auf der Fläche vom Wickrocken steht nachher Kleegras. Hier sehen wir Kartoffeln im Vordergrund, die sich wohlfühlen, augenscheinlich. Im Hintergrund ist die Tistel, die schädlingsbefallen ist. Das ist ein Zeichen, dass das Bodengefüge in Ordnung ist. Ja, und dann geht es zur... Auf einen gesunden Boden gibt es auch eine gesunde Ernte. Vielen Dank und alles Gute.